Ich bin der Dude. Und so sollten sie mich auch nennen, ist das klar? Entweder so oder seine Dudeheit oder... So, moin Leute, euer Dude hier. Ein kleines, kurzes Ankündigungsvideo. Ihr seht, ich bin im Stress. Der Dude ist am Laufen hier, wieder kilometerweit Weitlauf. Bei mir ist der Manu BVB und wir laufen gerade hier in DayZ von A nach B. Und ich dachte, ja, ich wollte euch ja noch ein Ankündigungsvideo schicken für den Livestream. Jetzt Freitag den... was war das? 6.7.? 6.7. um 21.30 Uhr starten wir. Ähm, das Ganze wieder Open End. Das heißt, diesmal wahrscheinlich auch wieder durch die Nacht durch. Die letztes Mal. Da drüben sehen wir gerade Polana am Horizont. Ja, gut. Also, wer Bock hat, kommt vorbei. Chips, Cola, Bier, was auch immer ihr wollt. Bringt es mit. Bringt euch Zeit mit. Und dann, wie gesagt... Ach ja, es ist wieder Free to Join. Also, wer mitmachen möchte, Server gehen wir durch. Könnt ihr gerne mit uns mitlaufen. Gut, das war's von mir. Ich werde noch mal ein bisschen Fersengeld geben hier. Ich hab's eilig. Wir sehen uns, Leute. Bis Freitag den 6.7. um 21.30 Uhr.